Florian Silbereisen und Helene Fischer, das Traumpaar des deutschen Schlagers, haben die Herzen ihrer Fans immer wieder erobert mit ihrer Musik, ihrem Karme und vor allem ihrer Liebe zueinander. In einem kürzlich gegebenen Interview offenbarte Florian Silbereisen eine rührende und romantische Wahrheit über ihre Beziehung, Helene und ich haben uns auf den ersten Blick verliebt. Diese ehrlichen Worte ließen die Fans aufhorchen, doch am Ende des Gesprächs gab es eine unerwartete Überraschung, die alles noch schöner machte. Das Interview fand in einer entspannten Atmosphäre statt, als Florian über die Anfänge seiner Beziehung zu Helene sprach. Mit einem Lächeln auf den Lippen erinnerte er sich an den Moment, als er Helene das erste Mal sah. Es war bei einer Tv-Show, begann er. Ich erinnere mich noch genau daran, wie sie den Raum betrat. Sie strahlte so viel Wärme und Herzlichkeit aus, dass ich sofort wusste, dass sie etwas Besonderes ist. Florian fuhr fort, dass es nicht lange dauerte, bis sie ins Gespräch kamen und schnell eine tiefe Verbindung spürten. Es war, als hätten wir uns schon ewig gekannt, erzählte er weiter. Unsere Gespräche waren leicht, voller Lachen und Freude. Und als ich in ihre Augen blickte, wusste ich, dass ich mein Herz verloren hatte. Die Fans waren begeistert von dieser romantischen Geschichte und fühlten sich tief berührt von Florians Offenheit. Doch als das Interview sich dem Ende näherte, offenbarte Florian eine Überraschung, die alle Anwesenden und Zuschauer gleichermaßen verzauberte. Aber das ist nicht alles, sagte er mit einem verschmitzten Lächeln. Was viele nicht wissen, ist, dass wir an genau diesem Tag, an dem wir uns das erste Mal begegneten, ein kleines, aber wichtiges Versprechen abgegeben haben. Die Spannung war greifbar, als Florian weitersprach. Helene und ich hatten damals keine Ahnung, wie sich unsere Leben entwickeln würden. Aber an diesem Abend, nach der Show, standen wir gemeinsam unter dem Sternenhimmel und Helene sagte, wenn wir in zehn Jahren immer noch zusammen sind, dann möchte ich, dass wir diesen Moment feiern. Florian machte eine kurze Pause und fügte hinzu, und heute, genau zehn Jahre später, stehe ich hier und möchte euch sagen, Helene und ich haben unser Versprechen gehalten. Wir haben uns erneut verlobt und werden diesen Moment in einer kleinen, intimen Zeremonie feiern. Die Fans waren überwältigt. Diese unerwartete Ankündigung, dass Florian und Helene sich nach all den Jahren erneut verlobt haben, war ein Zeichen ihrer tiefen und unerschütterlichen Liebe. Es war ein Moment, der zeigte, wie stark ihre Verbindung wirklich ist, und der die Herzen der Fans mit Freude erfüllte. Mit dieser romantischen Enthüllung haben Florian Silbereisen und Helene Fischer einmal mehr bewiesen, dass ihre Liebe nicht nur auf den ersten Blick, sondern für die Ewigkeit ist. Die Fans freuen sich nun auf die kommende Zeremonie und darauf, dieses wunderbare Paar weiterhin auf ihrem Weg zu begleiten. Ihre Geschichte ist ein Beweis dafür, dass wahre Liebe immer wieder neue Kapitel schreibt und dass selbst nach all den Jahren die Magie des ersten Augenblicks lebendig bleibt. Vielen Dank.